Hallo meine Lieben, es gibt wieder mal eine neue Saison in Forza Horizon 4. Wie jede Woche am Donnerstag um 16.30 Uhr in der Sommerzeit wechselt die Saison. Das heißt, es gibt auch wieder für euch ein neues Fahrzeug freizuschalten. Generell sieht die Woche gar nicht so schlecht aus. Wer auch das ein oder andere alte Exklusivfahrzeug noch einmal haben möchte, der hat jetzt die Chance zum Beispiel auch bei 80% den Bugatti Divo abzuräumen. Oder es gibt auch nochmal den Hammer H1, den Renault Clio 197 oder ihr seht es rechts oben auch den Ford Racing Puma. Aber das Fahrzeug, das diese Woche im Fokus steht, das ist der neu ins Spiel kommende Land Rover Range Rover Velar. Ein Midsize SUV mit 380 PS in diesem Fall. Und wir schauen uns mal an, wie ihr dieses Fahrzeug nun bekommen könnt. Doch bevor wir direkt zum Range Rover Velar kommen, schauen wir uns auch die anderen Meisterschaften an und starten wie immer im Norden der Karte bei Mortimer Gardens. Denn hier findet in dieser Woche gleich ein Doppelpack an Online-Spielen statt. Einmal die Winter-Spielplatz-Spiele-Partie, wo ihr im Team mit anderen Online-Spielern gegen ein fremdes Online-Team antreten könnt, in den Spielplatz-Spielen überleben, Flaggenjagd oder Team König. Wie immer müsst ihr jetzt nicht mehr gewinnen, ihr müsst nur bis zum Ende durchhalten, um in diesem Fall den Renault Clio 197 oder 197 freizuschalten. Die Zahl steht auch für die PS des Fahrzeugs. Ebenfalls ein Exklusivfahrzeug, das allerdings schon seit langem im Spiel ist. Teilnehmen könnt ihr hier mit einem Hot-Hedge eurer Wahl in der Klasse B700. Und von der Fahrzeugkategorie, ihr seht es, gibt es eine relativ umfangreiche Auswahl. Diese Woche findet in unmittelbarer Nähe davon auch direkt die zweite Online-Partie statt. Und das ist die Prüfungsveranstaltung mit dem Namen Glockenspiel. Starten könnt ihr sie bei Gärten der Querfeldeinrundstrecke und teilnehmen dürft ihr hier mit einem Heavy-Hitters. Das ist eine Kategorie, die es eigentlich so im Spiel nicht zu filtern gibt, aber gemeint sind damit Fahrzeuge, die mindestens zwei Tonnen schwer sind. Das Ganze findet in der A-Klasse bis 800 statt. Ihr seht gleich, welche Fahrzeuge dort teilnehmen dürfen. Und zu gewinnen gibt es ebenfalls ein ziemlich schweres und großes Fahrzeug, und zwar den Hammer H1. Hier seht ihr die verfügbare Fahrzeugauswahl. Da sind so ziemlich viele Fahrzeuge dabei, die aus der SUV-Kategorie sind, aber eben auch ein paar große, schwere Limousinen. Und unter anderem auch der Jaguar I-Pace aus der letzten Woche. Anschließend kommen wir zu den Offline-Meisterschaften. Eine davon könnt ihr beim Skiverbruch starten, und zwar ebenfalls einer Querfeldeinrundstreckenveranstaltung, die dort stattfindet. Und das ist die Meisterschaft mit dem Namen Ice Rally. Hier könnt ihr wahlweise im Solo, aber auch gemeinsam im Koop- oder PvP-Modus antreten, um den ebenfalls exklusiven Ford Racing Puma neben 40.000 Credits als Geldgewinn abzuräumen. Teilnehmen dürft ihr hier mit einem modernen Rallye-Fahrzeug eurer Wahl in der Klasse B bis 700. Und auch wenn die Auswahl hier erstmal nicht so umfangreich aussieht, alle modernen Rallye-Fahrzeuge in der Klasse B, die ihr erst noch dorthin tunen müsst, dürfen ebenfalls teilnehmen. In der Nähe davon, und zwar bei Ashbrook Schleife dem Grip-Rennen, findet in dieser Woche die nächste Meisterschaft statt mit dem Namen Etwas Holprig. Hier ist eine Dirt-Renn-Serien-Veranstaltung, die ihr natürlich auch wieder im Solo, aber auch im Koop- oder PvP-Modus starten könnt, um den Lumicraft in der Forza-Edition freizuschalten. Außerdem gibt es natürlich auch hier wieder 40.000 Credits als Geldgewinn und teilnehmen dürft ihr mit einem Offroad-Buggy eurer Wahl in der Klasse B 700, wobei natürlich auch Offroad-Buggys dazu zählen, die ihr erst in die Klasse tunen müsst. Womit wir auch schon zum Abschluss der dieswöchigen Meisterschaftsveranstaltungen kommen, und zwar bei Windmühle der Querfeld-Einrundstrecke. Hier könnt ihr die Meisterschaft Ein Rover für alle Fälle starten und natürlich verrät es der Name, hier bekommt ihr den neuen Land Rover Velar aus dem Jahr 2018. Abgesehen davon gibt es natürlich auch hier wieder 40.000 Credits als Geldgewinn und das entweder im Solo, im PvP- oder im Koop-Modus. Teilnehmen dürft ihr ebenfalls nur in einem Fahrzeug der Marke Land Rover, und zwar in der Leistungsklasse A bis 800. Und wer sich gleich wundert, warum er eben nur hier ein einziges Fahrzeug sieht, und zwar den Range Rover Sport aus dem Jahr 2015, Ja, dem kann ich sagen, es gibt natürlich eine ganze Menge weitere Land Rover Fahrzeuge, die sich für die Meisterschaft grundsätzlich eignen. Zum Beispiel habe ich hier ein uraltes Tuning von mir verwendet für den Land Rover Series 3 aus dem Jahr 1972, das ich für euch, ich glaube, auch freigegeben habe. Wer sich das Ganze mit diesem Tuning antun möchte, ich sage es schon mal an der Stelle, es fährt sich wie ein schneller Wackelpudding, aber auf das kommt es ja an, nicht auf den Wackelpudding, sondern auf die Geschwindigkeit, um am Ende auf den ersten Platz zu gelangen. Und ich kann euch auch zu meiner Entschuldigung nicht sagen, in welcher geistigen Umnachtung ich dieses Getriebe übersetzt habe. Aber wer es schafft, mit dem Fahrzeug auf den ersten Platz zu kommen, der hat nicht nur diesen Land Rover Villa verdient, sondern sogar noch meinen gebürtigen Respekt obendrauf. Womit wir nun endlich wieder zu erfreulicheren Nachrichten kommen können. Zum Beispiel den saisonalen PR-Stunts, die relativ schnell absolviert sein dürften, wie den Blitzer bei den Bamberow Dünen bei einer Geschwindigkeit von mindestens 362,1 kmh habt ihr es hier geschafft. Dann gibt es direkt darüber die Blitzerzone Sichel mit einem Ziel von 170,6 kmh. Und wenn ihr auch die geschafft habt, dann könnt ihr noch im Norden der Karte beim Betriebshof die Betriebshof-Rampe überspringen. Und wenn ihr das schafft, mit mindestens einer Entfernung von 236 m, dann bekommt ihr jeweils einen Super Wheelspin und etwa 5-6% Fortschritt für die Festivalspielliste freigeschaltet. Als nächstes schauen wir uns die wöchentliche Forzaton-Aufgabe an und danach werfen wir auch einen Blick in den Forzaton-Shop, damit ihr wisst, wofür ihr die Punkte in dieser Woche ausgeben könnt. Und für alle Forzaton-Muffel sei schon mal gesagt, in dieser Woche ist die Aufgabe echt schnell zu erledigen. Ihr müsst nämlich keine langwierigen Rennveranstaltungen absolvieren, sondern mit dem 73er Ford Cabri RS 3100 einfach auf die Straße fahren und mit diesem Fahrzeug erst einmal 10 Meilen oder umgerechnet 16,1 km weit fahren. Anschließend müsst ihr in der dritten Aufgabe 9 Sterne sammeln bei beliebigen Blitzerzonen und in der vierten und letzten Aufgabe noch einmal 8 großartige Fähigkeitsketten erreichen. Das schafft ihr, wenn ihr in der Basispunktzahl 20.000 Punkte oder mehr gesammelt habt. Wie immer gibt es als Belohnung dafür 100 bzw. als Besitzer der Immobilie Lake Lodge 200 Forzaton-Punkte, die ihr in dieser Woche für folgende Fahrzeuge raushauen könnt. Ihr seht es schon, der 98er Porsche 911 GT1 Straßenversion, sozusagen die Evo-Variante mit den 997er freundlich dann. Die kostet in dieser Woche 650 Forzaton-Punkte. Allerdings ist das Fahrzeug auch ganz einfach über die Automesse zu kaufen. Stattdessen gibt es aber ein anderes Exklusivfahrzeug und zwar den 2018er Ford F-150 Prerunner in der De Beati Design-Variante für 450 Forzaton-Punkte. Den Wagen bekommt ihr wie gesagt nicht in der Automesse, also wer noch zuschlagen möchte, kann das gerne tun. Abgesehen davon gibt es die Monster Energy-Mütze und einmal den Emote Karate-Meister. Womit es auch direkt schon weiter geht zur wöchentlichen Foto-Challenge-Aufgabe, die euch ebenfalls ein paar Prozente in der Festivalspielliste bringt. Ich glaube etwa 3% dürften das sein und zudem echt schnell zu erledigen ist. In dieser Woche müsst ihr ein Foto mit eurem Fahrzeug machen und gemeinsam mit einem Freund auf dem Foto sein oder falls es kein Freund ist oder ihr die Aufgabe einfach super schnell erledigen wollt, dann darf es auch gerne ein Drivatar sein. Ihr seht, ein beliebiges Fahrzeug genügt dafür und ihr müsst einfach mit dem Fahrzeug gemeinsam auf dem Bild sein und schon bekommt ihr als Belohnung 1000 Einflusspunkte, einen Super Wheelspin freigeschaltet und die eben genannten Fortschrittsprozente für die Festivalspielliste. Womit wir nun zum wöchentlichen Exklusivfahrzeug im Spiel kommen, dem Land Rover Range Rover Velar aus dem Jahr 2018. Streng genommen haben wir sogar hier eine besondere Edition und zwar die First Edition aus dem Jahr 2018. Das heißt, erkenntlich ist sie an den goldenen Zierleisten rundherum und die lassen sich nicht umlackieren, sind aber dagegen auch wenigstens konstant bei allen Umlackierungen weiter vorhanden. Also das bleibt euch so oder so am Fahrzeug. Ausgestattet ist der Wagen mit dem damaligen Top-Motor unter den Benzinern, dem P380. Man hört es schon am Namen. 380 PS werden hier aus einem V6-com-pressor-geladenen Motor mit 3 Litern Hubraum geschöpft. Die reichen, um den Wagen in 5,7 Sekunden auf 100 zu beschleunigen und über 220 kmh in der Spitze zu liefern. Aber eben bei Range Rover Typ steht nicht nur die Leistung im Vordergrund, sondern auch der Luxus und das Dickschiff, denke ich, lässt sich wirklich sehen. Ob er sich auch gut anhören lässt, das schauen wir uns mal als nächstes an. Dob 오형. Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Abschluss werfen wir auch einen Blick in das Auktionshaus und zwar in der Marktbewertung, wo wir uns erneut Exklusivfahrzeuge anschauen und was diese nun bringen, wenn ihr sie nun ein zweites Mal freischalten könnt und dann auch im Auktionshaus verkaufen wollt. Starten werden wir hier mit dem Ford Racing Puma, ein Exklusivfahrzeug, das derzeit knapp 2 Millionen maximal wert ist für den Sofortkaufpreis, aber ihr seht schon an den Auktionen, die laufen dann auch bis zur letzten Minute, daher würde ich mal tendenziell den Wagen etwas günstiger einstellen und dann auch sicher gehen, dass er wirklich verkauft wird. Dagegen richtig viel wert ist der Bugatti Divo aus dem Jahr 2019, auch das ein noch relativ seltenes Exklusivfahrzeug bei 80% in dieser Woche freizuschalten und zu verkaufen für knapp über 10 Millionen Credits. Etwas weniger wert verständlicherweise, das ist der Renault Clio RS 197, nur knapp 500.000 für den Sofortkaufpreis bringt dieser Wagen, ich denke mal aktuell dürfte er den Preis auch noch bringen, aber in den nächsten Tagen fällt auch dieser wahrscheinlich noch. Und damit werfen wir einen Blick auf den Fuchs der Woche, also das wohl lohnenswerteste Fahrzeug in der nächsten Woche und zwar der Alpine A110, wenn ihr den aktuell verkauft, bekommt ihr noch über 11 Millionen, teilweise sogar 12 Millionen dafür und nächste Woche könnt ihr den Wagen dann bei 80% saisonalem Fortschritt erneut freischalten. Womit wir am Ende der dieswöchigen Forza-Wochenausgabe angelangt sind, auf jeden Fall solltet ihr daran denken, dass bereits nächste Woche am Dienstag wieder ein neuer Torben Tuesday stattfindet. Das bedeutet, es gibt wieder ein paar Leaks rund um die uns erwartende Serie 27 und darauf bin ich wirklich gespannt, ohne die Erwartungen jetzt zu hochsetzen zu wollen, aber wir wissen ja im Hintergrund, es ist das zweijährige Jubiläum von Forza Horizon 4. Es kann natürlich sein, dass das einfach so mit einem kleinen Händeklatschen bedient wird, aber es kann auch sein, dass wir was ganz Besonderes bekommen. Ich bin gespannt, was sich im Torben Tuesday versteckt und freue mich euch dann spätestens wieder begrüßen zu dürfen. Viel Spaß beim Zocken, bleibt gesund und bis dahin alles Gute. Macht's gut. Ciao.